Erich Fried, Begegnung mit einem schlechten Menschen An einem schönen April-Tag vor vielen Jahren habe ich in einem 134er-Omnibus in London einen für bescheidene Alltagsverhältnisse ungewöhnlich schlechten Menschen getroffen. Es war eine kleine Frau von etwa 60 Jahren, geschmacklos, aber keineswegs dürftig gekleidet, nach Art der ruhigen, kleinbürgerlich, wohlanständigen Leute, die man in den Londoner Vorstädten so häufig trifft. Sie nannte dem Schaffner mit selbstzufriedenem Lächeln ihr Fahrtziel. Dann begann die Diskussion. Der Schaffner zögerte und gab ihr die Karte nicht. Er wollte Fahrgeld haben. Sie hingegen behauptete steif und fest, ihm ein Sixpence, eine sehr kleine Silbermünze gegeben zu haben und verlangte ihre Fünf-Penny-Karte und ein Penny Wechselgeld. Geduldig erklärte ihr der Schaffner, er stecke eine Münze niemals in die Tasche, ohne zuvor Wechselgeld herauszugeben, um Irrtümer zu vermeiden. Sie beharrte auf ihrer Behauptung und erhielt schließlich von dem achselzuckenden Mann Karte und Wechselgeld. Damit gab sie sich aber keineswegs zufrieden. Sie sprach ihre Nachbarin an, klagte bitter über die Unehrlichkeit der Menschen und meinte, man müsse doch gegen diesen Schaffner etwas tun. Mich ärgerte ihr Gejammer. Ich fand in meiner Tasche ein Sixpence, bückte mich, wie um etwas aufzuheben, und gab es der alten Frau mit der Bemerkung, ich hätte es unter ihrem Sitz gefunden. Sie bedankte sich freundlich und steckte die kleine Münze ein. Nun lächelte sie wieder. »Sie haben also dem armen Mann Unrecht getan«, meinte ihre Nachbarin. Keine Antwort, nur das Lächeln verschwand wieder und machte einem entschlosseneren Gesichtsausdruck Platz. Der Schaffner ging vorbei, sie sagte kein Wort. »Sollten Sie dem Mann nicht die Sixpence zurückgeben?«, fragte ich. Das Lächeln kehrte zurück, abgeklärt, weltweise und ein wenig ironisch. »Nehmen Sie es sich nicht zu Herzen, junger Mann. Übrigens, Sie sind doch kein Engländer, nicht wahr?« »Nein, ich bin kein Engländer, aber das habe ich mir gleich gedacht«, erwiderte sie in recht gutem Englisch, das aber doch verriet, dass auch sie, obwohl seit Jahrzehnten ansässig, sodass sie nun gegen mich, die Engländerin, herauskehrte, ihre Jugend anderswo verbracht haben musste. Noch während sie sprach, erhob sie sich, drängte sich gewandt zwischen den Leuten durch, und der Schaffner trat zur Seite, und sie stieg aus. Ein Freund, dem ich diese Episode noch am gleichen Tag empört berichtete, teilte meine Entrüstung gar nicht. »Eigentlich ist alles deine eigene Schuld«, sagte er. »Wenn du nicht versucht hättest, mit deinem Sixpence den lieben Gott zu spielen, wäre das Ganze nicht halb so schlimm gewesen. Vielleicht hat die Frau wirklich geglaubt, dass sie ihm das Fahrgeld bezahlt hat, und erst du hast sie nachher in Versuchung geführt. Dass sie sich dann geschämt hat, ihr Unrecht zuzugeben, ist doch verständlich. Die Schuld aber, sie so in die Enge getrieben zu haben, die trägst du selbst.« Ich fand diese Ansicht überraschend, bestürzend, und ich nahm mir vor, niemals wieder auf solche Art Schicksal zu spielen. Ganz überzeugt war ich aber nicht. Die glatte Selbstsicherheit der Frau, die man miterlebt haben musste, um einen lebendigen Eindruck von ihr zu haben, schien mir der Annahme meines Freundes doch zu sehr zu widersprechen.